Am 1. Juni 2023 darf Rania von Jordanien noch einmal dabei zusehen, wie ihr Nachwuchs den schönsten Tag des Lebens zelebriert. Ihr Sohn Hussein wird seiner verlobten Reiber dann das Ja-Wort geben. Ein Tag, dem das jordanische Königshaus schon jetzt voller Vorfreude entgegenfiebert. Und ein Anlass, der schon wenige Tage vor dem freudigen Ereignis für große Emotionen sorgt. Bei der traditionellen Henna-Nacht zeigte die jordanische Regentin, dass sie mit der Brautwahl ihres Sohnes nicht glücklicher sein könnte. Hand in Hand schreiten Königin Rania und ihre Schwiegertochter in Spee der Menge an geladenen Gästen entgegen, strahlen dabei übers ganze Gesicht. Keine Frage, für ein erfülltes Leben und Glück in der Ehe hat Raiwa das Herz einer wichtigen Person bereits jetzt erobert. Das ihrer bald Schwiegermutter Rania. Auf den Aufnahmen, die die Ehefrau von König Abdullah nun teilt, sind rührende Szenen für immer festgehalten. Rania hält ein Mikrofon in der Hand, widmet dem neuen Familienmitglied Raiwa offensichtlich gefühlvolle Worte, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Die Verlobte von Kronprinz Hussein kann ihre Tränen hier nicht zurückhalten, wischt sich mit einem Tuch über das feuchte Auge. Wir feiern unsere schöne Raiwa, lautet die von der Königin gewählte Bildunterschrift zu den Fotos, die ans Herz gehen. Und schön ist auch zu sehen, mit wie viel Wertschätzung, Dankbarkeit und Liebe das jordanische Königshaus der Frau begegnet, die eines Tages neben Kronprinz Hussein auf dem Thron sitzen wird. Untertitelung des ZDF, 2020